Das Protein muss zur Verarbeitung eingereicht werden. Ja, Mutti, bin schon auf dem Weg. Ah, komm, vielleicht mal speichern sollen durch den Durchschnitt, ich glaube wir können nicht laden, während wir in einem Shuttle sind, das war ein bisschen buggy, ich weiß nicht ob es am Spiel oder an der SIG Mod liegt. Ah, ok. Irgendwo ein Terminal? Und ein Kumpel hier, da bieb, 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 bieb. Komm, hau ab jetzt. Ok, es wird also immer schwerer. Weg mal keine roten. Oh, ich brauche nur ein bisschen Leben. Ah, fuck. Ach, sind wir wieder hier, ok. Na gut. Ähm. Halt, ich verspeichere mal kurz hier. Ähm, bei 5. Zack. Ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt hier auch wieder da sind. Sonst würde ich hier einfach mal so ganz galant dran vorbeifliegen, ne. So. So. So, haben wir wieder die Schleuse. Jetzt haben wir ja unsere Kumpels. Hallo. Komm, hau ab jetzt. Hä? Was willst du? Komm. Verschwinde. Oh, die Muni vielleicht noch einsammeln. Ah, fällt natürlich runter. Egal. So. 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 so und ja mal aufgeräumt und milliard sorgt so können wir was machen zustand aus der höhle ist noch gut system energie auch hier müssen wir dann auf jeden vergleich zu fuß noch mal hin das mensch muss schatten zurückbringen und sich der verarbeitung unterziehen nein hallo wo sich beim durchschreiten der astroiden miene warum solche schatten zurück bringt das mein schattel ich schwöre oder strahlend so was schnelle unterziehung garantiert schmerzfreie verarbeitung ich glaube ich habe das ding gesehen ja mutter warnt ihre diener mannig wird langsam sauer wird meine maus entschuldigung für alle die ich gerade wundern warum das bild so wackelt oder ich nur mit der maus rum wackelt der tor bleibt auf da kommt über das tor wenn der schießt natürlich und jetzt falle um die wahrsein wo sind denn hier überall geschütze dann die geschütze vorher finden wo hängen die denn egal kann man schon herausfinden die waren jetzt nicht so einfach zu sehen noch mal schatten landen noch mal kurz maus aber machen entschuldigung so ein bisschen zeugs drunter und das schleift dann hier die ganze zeit auf dem maus pad und eklisch ich will mal ausmachen hier ich meine nicht dass es jetzt noch was bringen würde aber das ist schon echt cool aus das ist schon richtig nice shuttle verlassen nein danke was bist du da aus muss ja was rein oder und nichts von dem scheiß herum legt hallo und da hier 100 pro nicht alleine groß hier da können wir landen und alles könnte man da auch hin gucken wir uns mal kurz an hier was ist das krass krass das ist schon echt übel nice ist das ja also wir werden wahrscheinlich hier auf dem planeten mal laufen so kann ich es nicht bedienen wenn wir fliegen wir fliegen jetzt erstmal der zieht ganz schön und hält auch in seiner umlaufbahn immer noch dreck unter der maus das kann ja nicht wahr sein nicht mehr kann man es schon zuerst auch nicht mehr wie soll es sein aber nicht mehr oder nicht mehr schatten auch landen kurz damit speichern so und all zum drehen wo war was ist das ach so das ist ja der schrott der umlag was passiert wenn wir springen cool es ist echt also wirklich respekt und die die sich das ausgedacht haben das ist schon echt nice so innerhalb eines spiels ist eine eigene gravitation mit einzubauen für große objekte die kann mich hier drauf ich andersrum eine treppe aber hier und jetzt müsste sich ja der planet drehen was passiert denn jetzt bis sehen das hat ein portal von da geholt wo bringt er das jetzt hin hoch wie es aussieht die klappe ja das portal jetzt wird abgelegt da haben wir wieder in schatten gehen und dann mal gucken wurde das portal hingebracht hat da hat hier stampft einer neben uns rum aber das sind bloß die Astroiden Prozent mituriten der einschlag das ist ja nicht so gut und wenn wir uns spielen oder was komm lass uns spielen aber mehr ich verstehe nicht ganz was das mit dem portal hier soll was er jetzt in macht hier unten da konnten wir doch unser shuttle landen und das nicht auch da oben landen einfach mal straight hinfliegen ein bisschen schluck aus der dose nehmen was macht das ding jetzt wir können auf jeden fall nicht hinterher alles müssen da unten landen Basis ja mal gucken ob wir ein paar Kollegen haben wir wollen er gibt es immer noch ja noch was na gut dann werden wir in unser shuttle landen doch hallo wollte ich gerade schnell zurückschreiben ich habe vor allen Dingen was was ist das denn okay ich habe dich schon wieder reingelassen ach da steht bestimmt wieder was wieder nachrichten von mami wie mit zwei landeplätze ja ich habe mich schon ach können wir noch landen menschen haben die uns noch getroffen hallo abstand nehmen von den kunden hier schießen die denn was bist du denn unsere shuttle noch mal reparieren aufgeladen ja schön jeweils die klappe aufgegangen ok cool spartransport im gange und praktisch warten bis das teil da ist da kommt auch schon oh um ich glaube nie mal sehen was uns hier erwartet so ah cool echt übel schick gemacht respekt ich weiß gar nicht ob dasselbe studio den neuen teil macht der dann jetzt ein paar tagen rauskommt für alle die das später schauen ist es praktisch ich bin hier kurz vor dem release von im neuesten projahr 2017 wir spielen hier die 2000 das play 2006 und vor lauter vorfreude hatte ich glaube ich in einer der ersten folgen schon mal erzählt kann ich mir noch mal ganz kurz hier für alle auf twitch erklären ich krieg glücklicherweise einen projekte von asus als promotion und passierte was eine preke als promotion von asus und vor lauter vorfreude ich bin mir den ersten teil nicht so noch nicht kenne ist ein blindes let's play speichern wir sind echt gespannt ich habe die demo mir schon angeschaut die lässt echt ne menge vermuten was stand da gerade wachsam bleiben wogel was machst du bist du irgendwas von mir text kommen wir wieder den text nicht mehr lesen das kann man hier schön nochmal voll machen sehr nice leben brauchen wir nicht die bilder von vorhin hier war noch ein bisschen money aber wo krümel hier auf meinem mein maus pad echt widerlich ich habe hier so hartplast im maus pad ist eigentlich ziemlich spitze wenn da irgend auch nur ein winziger krümel drauf liegt das ist schon echt nervig so um das so nötchen drücken in der bestimmte portale an das so das so das so das so das so von hier liegt nicht sobald ich meine maus hier drauf bewege kratzt das als gibt es kein morgen mehr meine güte nicht wahr sein natürlich hat schon das mikrofon an war also egal weiß gar nicht seit wann ich hoffe nicht allzu lange kurze schatten noch mal laden so hier baut sich zusammen hat gesperrt transport im gange dann transportieren uns wir sind auf dem weg wahl und tonner plasma aussteuern ist auch gar nicht einheiten müssen kann man verlassen ich glaube ich kann nicht mich jetzt drin zwar wieder bewegen aber hier aus hat auch nicht weiter war denn jetzt der monitor hier hängt ja einfach so hat schon wieder an meinem ausfeld ganz ehrlich ist und jetzt auch kommt was war das denn jetzt oder eingeklemmt ja oder normal huch nein 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 komm ich will mit dem shuttle mit euch kämpfen ach glaubt man nochmal ach man 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 auf ach komm hau doch ab ey eine güte schluss jetzt hier ach komm schon aber eine scheiß Stelle zum speichern würde ich mal so behaupten so schluss jetzt hier komm hau ab keine lust für euch wo alle Tote können wir noch mal speichern man kann man das auch noch mal beladen hier so na gut weichern so bleibt die Plattform da ja ja ich bin dann umweg woop so hier können wir landen doch guckst du denn her was da drin oder was hat sein portal aufgelassen das soll ja nicht zu unserem nachteil sein würde ich mal behaupten aber erstmal räumen wir hier auf überhaupt mensch du was du bist du denn von uns wenn wir das mal irgendwie erklären ja kleines alien nein ich setze ich hab gewohnt jetzt hier und ab sich ein neues zu hause und du schießt einfach wenn ich sicher wieder reinfliegen können sollen wollen mit höhren also vogel wenn wir hier angezogen was soll das und dann werden wir das schatten mal landen wenn ich das brauchen wir nicht jetzt viel weiter erst mal sehen was hier hinten ist hallo ich komme gar nicht rüber ja doch komm ich bin einfach untergerannt hier ich bin einfach untergerannt hier Norman das Jahr aber aber Prozent und was was soll mit das Wort mehr wenn ich hier rein als Geist kann ja ein der Basel auch vor Verarbeitet oder einst du nur jetzt bin ich ein bisschen verwirrt das sind aus wie der richtige Weg also wieder story Weg so zu sagen aber was ist mit dem Portal davon was der Kollege aufgelassen hat das muss natürlich noch angucken vorher weißt du aber gehen hier noch mal zurück da 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 speichern wir und dann gehen wir ja durch so ein bisschen money ok na gut dann hat sich das ja so halb gelohnt money kann nie schaden auf das ding bleibt aus nicht haben will jetzt wieder angeht wenn wir rein ja das macht mich schon ein bisschen anders wobei anders wahrscheinlich bescheuert ist hat euch schon reingelassen mal speichern was steht denn hier schönes das lesen nein und dann wo du bist muss man mal ausschalten zwar eh schon kaputt aber so hier ist wieder hallo was du denn her gibt es wieder was zum hören also hören wir uns das an professor exaktally what do these aliens want? are we some sort of experiment for them? no Art we have an the actualen spooks say that we are some kind of food for them food source are you serious? very the truth that our race was cheated on this planet should have been harvested for food as they pass through our parts deltom ok that's pretty frightening don't you think? Absolutely. Apparently, we aren't the only world that they've seen in this way. The legends I've read talk about more world flight hours that serve as food sources while these aliens travel from place to place. That would be why they only abduct some people rather than all of us? Exactly. They only take what they eat as they pass through. When will they be back? I don't think they've left. They're still here? Oh, yes. The legends simply indicate that they remain for several months. And sometimes it is. You can do that as they require before looking at the next word. You heard it here folks. Keep your doors and windows locked. If you see any strange lights from the high desert, this is Art Bell. Ja, lieber Art Bell, ich glaube nicht, dass Fenster und Türn zu machen reicht. Wenn mir das so ansehen, was diese machen, nehmen uns wieder den Eisschuss. Ja, lieber Art Bell. Let'sاغ B guards vigilsionen readily in deklig warrior X German. Why don't you kill someone? Hype, how do we are? What are the events that they reefs? This is the Haven of the Richards Times. We are the last few months on the journey? I wonder how they慢慢 laufen or the millennial night? You're a fallait or aерх later than happen? You know I'm a half an tenth of place.